Vor mir stehen drei Dolphin Pool-Style-Roboter. In dem Video werde ich aber die ganze Modell-Pool-Style-Reihe mit dir anschauen und in Gruppen aufteilen und die dazugehörigen fehlenden Roboter auch noch ansprechen. Du wirst in diesem Video einen sehr guten Überblick über diese Modellreihe eben bekommen, was dir die Entscheidung einfacher machen wird. Herzlich willkommen bei TomTut. Schön, dass du, Poolheld, bei diesem Video auch wieder mit dabei bist. Die Matronics Dolphin Pool-Roboter-Modelle, die kann man als sehr hochwertige Marken bezeichnen. Im Prinzip die Firma Matronics. Vergleichst du andere günstigere Pool-Roboter mit Preis-Leistung, dann solltest du die Roboter dieser Firma immer als Vergleichsgegenstand herziehen. Du wirst aber auch merken, dass günstigere Modelle nicht unbedingt weit weg sind von den hochwertigen, andere dafür aber schon ganz schön weit. Damit du ein Gefühl hast, was du bekommst, wenn du einen bestellst, packe ich jetzt mal exemplarisch den 35er mit dir aus. Schon nach dem Öffnen kommt dir ein schön eingelegtes Heft entgegen. Allein das wirkt schon im ersten Eindruck sehr edel. Innen sind ansonsten die typischen Beilagen zu finden. Darunter ist dann das sehr schicke und handliche Netzteil. Die schauen wir uns gleich auch noch an. Er hat einen Zwüffel am 18 Meter Stromkabel verbaut. Das ist übrigens der schönste Zwüffel, den ich bei bisher allen Pool-Robotern getestet habe. Das muss ich an der Stelle auch mal sagen. Sehr klein und funktional. Und hier ist dann der Poolstyle 35 selbst, der sich auch echt angenehm präsentiert. Wechselfilter zur feineren Filtrierung sind auch mit dabei. In dem Lieferumfang bei ihm zwei Stück. Im Lieferumfang bleibt es nur noch der Caddy zurück. Den habe ich hier hingestellt. Den bauen wir nachher auch noch zusammen und gucken uns den genau an. Rein vom äußeren Erscheinungsbild und eben hier von vorne betrachtet, ist der Poolstyle 35 stellvertretend für die komplette Pulsana exklusive Poolstyle-Serie im Prinzip zu betrachten. Es ergibt sich um ihn herum folgende Poolstyle-Modelle und Gruppierungen. Der Dolphin Poolstyle Plus, dann der Dolphin Poolstyle Advanced, die Mitte mit dem Dolphin Poolstyle 35, rüber zum 40i. Der würde eigentlich hier in der Mitte stehen, den vergleiche ich dann rein online. Und das hier ist jetzt von der Modellreihe die Königsklasse, der 50i. Wie gesagt, ist der 35 die Mitte, denn links von ihm werden die technischen Daten in einer Vergleichstabelle schnell kleiner. Und nach oben hin bietet er auf den Wendepunkt und es wird dann eben mehr. Ich schaue mir jetzt mit dir erstmal an, was alle gemeinsam haben. So bleibt es dann nicht unübersichtlicher, so bleibt es übersichtlicher. Und ich kann dir die Unterschiede an der richtigen Stelle auch dann gezielt zeigen. Pulsana hat diese Dolphin Pool-Serie in Deutschland und Österreich exklusiv. Darum ist der Vergleich auch nicht immer so einfach. Doch bei allen Poolstyle-Modellen gibt Pulsana auch an, welcher Dolphin Poolroboter quasi das Alternativmodell ist. Du findest nämlich direkt bei Medtronics die sehr ähnlich aufgemachte Poolroboter E-Serie. Dabei ist es jetzt nicht komplett der identische Poolroboter. Aber die sind sich schon am ähnlichsten und das soll dir halt, wie gesagt, einfach einen Anhaltspunkt zum Vergleichen bieten können. Vielleicht macht ihr so einen Vergleich, aber auch alles einfach komplizierter beim Googlen im Internet. Ich habe keine Ahnung. Darum hoffe ich ja auch, dir jetzt mit diesem Video einfach dabei helfen zu können. Genauso wie auch mit meinem TomToot 10-Gutschein-Code. Bei allen wird der Filterkorb von oben entnommen. Der Griff vom Filterkorb, der springt dir hier auch schon direkt entgegen. Auch wieder Qualität. Jeder Filterkorb ist von unten aufklappbar, damit du die Reinigung auch sehr einfach durchführen kannst. Bei allen kannst du mindestens zwei Teile vom Filterkorb auch rausnehmen, um feinere Filter einsetzen zu können. Die Reinigung, die funktioniert bei allen Filterkorben im Prinzip dadurch komplett gleich. Nur die Ausstattung vom Filterkorb selbst, die unterscheidet sich, das zeige ich dir aber auch gleich noch genauer. Alle diese Roboter bewegen die Raubenbänder parallel und nicht unabhängig voneinander. Dadurch kann keiner von denen auf der Stelle drehen, um die Position zu verändern. Der hebt also kurzzeitig vom Boden ab und fährt nur auf eine Rolle. Das ist dann kein technischer Fehler, sondern genau die einzige Möglichkeit für ihn, die Position zu wechseln. Das machen zum Beispiel der Pulsana Pro Next und der Pulsana Power App E schon ganz anders. Die können sich nämlich auf der Stelle wie so kleine Panzer im Prinzip drehen. Die bewegen nämlich die Raubenbänder unabhängig voneinander. Aber auch die größere PS-Serie von den Dolphins, Maitronics, die machen das genauso. Das aber alles nur als kleine Randnotiz, ohne das ist groß zu bewerten. Einfach nur für dich zum Verständnis. Trotz des vielleicht etwas unbeholfenen Lenkens, was ich aber jetzt nicht so schlimm finde, fahren alle Pulszeilmodelle mit dem Clever Clean Scan System durch deinen Pool. Die folgen also keinem Zufallsprinzip, sondern die erkennen deine Poolform und navigieren dann eben nach einem internen Algorithmus, einem Plan durch ihren Reinigungsmodus durch. Das ist wichtig, um möglichst alle Stellen auch zu erreichen und eben effektiv die Reinigungszeit, die sie haben, auch ausnutzen zu können. Alle Poolroboter müssen dann mindestens 80 Zentimeter Wassertiefe haben bis maximal 5 Meter. Die Absaugrate liegt bei allen bei 15 Kubik die Stunde und es gibt einen Pumpmotor und einen eigenen Antriebsmotor. Das alles braucht dann bei jedem Modell eine Leistung von 120 Watt. Das Poolwasser sollte einen pH-Wert zwischen 7 und 7,8 haben. Chlor darf maximal 4 ppm im Wasser vorhanden sein, also nicht gerade bei einer Stoßklochung einsetzen. Und Salzwasserpool sollte maximal 0,5 Prozent Konzentration haben. Die Temperatur sollte zwischen 6 und 34 Grad liegen, wobei empfohlen ist, mindestens 15 Grad sollte das Wasser haben, bevor du den einsetzt. Geeignet sind die auch für die sogenannten gängigen Folienbecken. Entspricht also den klassischen Formen rund, 8, oval und dem Rechteckpool. So, jetzt zeige ich dir die Unterschiede der Poolstyle-Modelle. Am besten, ich spreche dazu einfach über das Handling, dann kann ich dir nämlich auch ganz gezielt die Unterschiede an der richtigen Stelle sinnvoll erklären. Das Handling ist bei den Dolphin Poolstyle-Modellen sehr ähnlich, wobei der 50i ein exklusives Feature in der App hat, das mir extrem gut gefällt. Das siehst du auf jeden Fall gleich auch noch. So, du greifst dir einen Poolstyle hier fest am Griff und kannst den dann gemütlich zum Pool tragen. Den Griff, den haben noch alle, aber bei dem Poolstyle 35 fangen die Unterschiede an. Der Griff sitzt vom Design ab dem Poolstyle 35 nämlich hier etwas höher. Dieser Unterschied, der äußert sich auch im Gewicht, dass ab dem Poolstyle 35 von 6,5 Kilo auf jetzt dann 9,5 Kilogramm angestiegen ist. Das liegt an der zusätzlichen PVC-Bürste und auch an dem natürlich dann angepassten Innenleben. Aber das zusätzliche Gewicht, das kannst du ab dem Poolstyle 35 dann auch einfach auf den jeweils im Lieferumfang mitgebrachten Caddy abstellen und auch dann entsprechend stressfrei bewegen. Lassen wir ihn aber jetzt mal ins Wasser. Das Stromkabel musst du einfach locker über dein Poolwasser werfen. Du hast bei dem Poolstyle Plus ein 12 Meter langes Kabel, bei dem Advanced ein 15 Meter langes Kabel. Und wieder ab dem Poolstyle 35 ein 18 Meter langes Kabel, das dann die 40i und 50i nach oben auch haben. Auch ist ab dem 35 ein Swiffel verbaut. Der Swiffel beim Däufeln ist übrigens, wie schon vorhin gesagt, der kleinste und handlichste von allen Poolroboter, die ich bisher gesehen habe. Und auch das ist auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal. Alle Netzteile werden einfach an das Stromkabel vom Poolroboter angeschlossen. Ist der Poolroboter im Pool angekommen, dann kannst du immer einfach den Startknopf am Netzteil drücken und der Poolroboter, der beginnt auch sofort eine Reinigung. Das sind fix zwei Stunden, wobei der 40 und 50i die Möglichkeit bieten, eine Reinigungszeit von anderthalb, zwei und zweieinhalb Stunden einzustellen. Welche anderen Programme jetzt noch möglich sind, das sehen wir dann auch gleich bei dem Netzteil und auch bei der App-Steuerung, bei den E-Modellen entsprechend. Der Plus und der Advanced, die reinigen dir den Boden und auch die Wände in deinem Pool. Ab dem Poolstyle 35, wer hätte es gedacht, ist dann wieder die Wände drin. Der reinigt nämlich auch den Boden, die Wände und dann entsprechend auch die Wasserlinie sogar mit. Nach der Reinigungszeit ziehst du dir den Poolroboter vorsichtig am Kabel ran und greifst den jetzt am Griff, um ihn rauszuholen. So, und jetzt kommt das Highlight, was ich angesprochen habe, zum 50i. Der hat nämlich einen eigenen Modus für genau diese Aktion. In der App kannst du ihm sagen, dass er seine nächstgelegene Wand hochfahren soll, damit du ihn dir dann greifen kannst. Das Ganze war an einem regnerischen Tag wirklich perfekt. Das ist einfach eine super interessante Funktion und schneller kriegst du wahrscheinlich keinen Poolroboter aus dem Pool raus und auch nicht angenehmer. Die Apps, die schauen wir uns aber auch noch gleich etwas genauer an. Die Netzteile sind allesamt sehr klein und leicht und entsprechend handlich. Die Qualität ist auch hier tatsächlich wieder maßgebend, wie ich finde und auch immer ein guter Vergleich, wenn du andere Netzteile von anderen Poolrobotern eben anschaust. Bei dem Plus und dem Advanced gibt es nur einen einzigen Einschaltknopf. Programm Start, Programm Ende. Läuft der Poolroboter los, beginnt jeweils zwei Stunden die Reinigungszeit. Der Advanced kann aber jetzt noch mehr. Aber nicht alles, was du an dem Netzteil siehst, funktioniert auch tatsächlich. Es sind nämlich nur der große Startknopf und der kleine mit den drei kleinen Anzeigen relevant. Du hast drei Optionen. Drück einfach diesen kleinen Knopf mehrmals, dann kannst du auswählen, was genau er eine Woche lang machen soll. Option 1 ist die Reinigung automatisch jeden Tag für eine Woche. Option 2 ist die Reinigung für jeden zweiten Tag, also viermal innerhalb dieser einen Woche. Option 3 ist die automatische Reinigung jeden dritten Tag, also dreimal innerhalb einer Woche. Nach Ablauf der einen Woche macht er dann auch nichts mehr automatisch. Du musst also im Prinzip ab dem achten Tag oder der nächsten Woche wieder manuell Start drücken oder wieder eine der drei Optionen auswählen. Meine Meinung dazu ist, dass die Option im Urlaubsfall natürlich sehr hilfreich sein kann. Leider kommt erst ab dem größeren Poolsteil 35 an das Stromkabel auch das Zwiffel. Das hätte man mit so einem Wochenplan hier tatsächlich auch schon verbauen können. Bleiben wir jetzt aber kurz bei dem Poolsteil 35. Er hat nämlich wie gesagt den Zwiffel verbaut. Allerdings bietet er wieder nur eine Startoption an. Start zwei Stunden. Der Wochenplan ist also exklusiv hier bei dem Advanced Modell durch dieses Netzteil entsprechend eben möglich. Die Netzteile von 40i und 50i sehen aus, als könnte man hier auch nur den Poolroboter einfach einschalten. Okay, tatsächlich geht das natürlich auch. Also er würde sofort losfahren in dem jeweiligen Reinigungsmodus dann auch starten. Damit jedoch diverse Einstellungen auch ausgewählt werden können, musst du dir bei dem 40i die MyDolphin App installieren und bei dem 50i die MyDolphin Plus App. Die Apps, die gibt es auch jeweils für Apple und Android, entsprechend dann auch im Store. An dem Netzteil ist Bluetooth immer aktiv. Du installierst dir also für den i40 die MyDolphin App und für den i50 die MyDolphin Plus App. Ich wollte aber die MyDolphin App auch mal testen. Da ich aber jetzt hier nur den i50 zur Verfügung habe, merkt die App direkt, dass das nicht aufeinander passt und sagt, bitte installiere auch die MyDolphin Plus App. Gesagt, getan, wir starten die MyDolphin Plus App und müssen uns mit einem Konto registrieren. Das macht natürlich Sinn, damit die ganzen Cloud-Dienste auch funktionieren und er nicht nur in der Nähe von deinem Handy funktioniert, sondern die WLAN-Einrichtung kommt dann auch gleich noch, dass er dann wirklich auch über das Internet mit dir kommunizieren kann und mit deinem Smartphone. Das ist dann der Willkommensbildschirm von 50i mit der MyDolphin Plus App. Das ist der Wish-Modus, der ist super, haben wir vorhin schon gesehen. Dann fährt er die nächste Wand an, fährt hoch und möchte von dir dann einfach nur noch rausgeholt werden. Der Reinigungsmodus lässt sich einstellen, nur Boden normal und was er eben hier unten noch bietet, sehr, sehr klasse und nicht ganz exklusiv. Andere Modelle machen das auch, aber das ist, finde ich, immer was ganz Besonderes, sich zum Beispiel mal einfach nur auf den Boden zu konzentrieren. Ein Wochenplaner, der spricht ganz für sich selbst unter erweiterte Einstellung, kann man ja natürlich sehr fein einstellen, wann er genau laufen soll. Die Zykluszeit, das ist super, weil hier kann man eben einstellen, ob er anderthalb Stunden, zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden grundsätzlich reinigen soll. Die Verzögerung, das macht auch Spaß, weil man dann eben sagt, starte jetzt, aber rechne bitte auf das nochmal zwei, ein oder eben drei Stunden obendrauf. Die Sprachsteuerung, die ist ein sehr witziges Feature, finde ich. Man muss schon sehr genau sprechen, das betrifft aber auch grundsätzlich die Sprachsteuerung allgemein, nicht nur den Poolroboter. Und da kann man wirklich sagen, hey Siri, starte bzw. hey Siri, Poolreinigung starten oder Poolreinigung beenden und hole meinen Roboter aus dem Pool. Der manuelle Modus, der hat mir richtig gut gefallen. Man kann das natürlich über das Kreuz hier direkt am Display steuern oder man kippt das Handy und durch diese Kippbewegung bewegt er sich dann entsprechend auch durch deinen Pool. Bei dem Beleuchtungseffekt, da sollte jetzt spätestens klar sein, dass diese kleine LED vorne bei diesen Modellen kein Sensor ist, das hatte ich mal eine Zeit lang angenommen, sondern tatsächlich einfach die LED, die dir jetzt sagen kann, welchen Zustand sie hat bzw. kannst du damit auch einfach ein bisschen rumspielen, um dir deinen Effekt im Pool in der Nacht auch etwas aufzuhälen. Hilfe finde ich super gut, dahinter verstecken sich wirklich sinnvolle Links, auch Videos, die tatsächlich Themen erklären. Auch schön finde ich die Historie, um einfach mal zu sehen, was hat der Poolroboter schon alles so mittlerweile geleistet. Und unter den Einstellungen, da findest du wirklich alles nochmal, was hier oben nicht angezeigt wurde. Du kannst das wirklich sehr granular einstellen. Also man merkt einfach, dass Dolphin hier auch tatsächlich eine eigene App entwickelt hat. Andere Hersteller machen das eben oft über Fremdhersteller, was nicht schlimm ist, aber eben hier wieder ein Zeichen von Qualität ist. Ah, hier, das passt jetzt gerade tatsächlich zufällig rein. Garantie anmelden, das heißt, die App ist wirklich schlau. Die hilft einem tatsächlich auch an Dinge zu denken, was ich richtig gut finde. Der Unterschied zum 40i wird hauptsächlich dieser Modus hier sein. Ich konnte jetzt, wie gesagt, die App nicht wirklich aufmachen. Eine konkrete Beschreibung im Internet habe ich da erstmal auch nicht gefunden. Ich glaube aber, dass es wirklich der Hauptunterschied ist, dass diese Funktion beim 40i nicht dabei ist. Gut, lassen wir aber mal alle Features und App-Spielereien komplett weg. Muss ein Poolroboter dein Poolwasser einfach nur effektiv filtern. Das ist ohne Frage die Hauptaufgabe. Die Filterkörper der Dolphin-Modelle, die haben hier eine grundsätzlich sehr hohe Qualität. Andere machen das auch sehr gut, aber auch, um es wieder mal zu sagen, ist das im Prinzip für mich auch der Vergleichsstandard, wenn ich mir die Filter anderer Poolroboter entsprechend anschaue. Der Aufbau ist robust und die Reinigung des Korbes wirklich einfach. Der Lieferumfang und die Korbgröße, die machen jetzt aber den Unterschied bei diesen ganzen Modellen. Bei dem Poolstyle Plus und dem Advanced, da bekommst du den gleichen stabilen Filterkorb. Von diesen vier Netzplatten kannst du einfach zwei rausnehmen. Bei dem Advanced werden dir noch zwei Lamellenplatten für feineres Filtern gleich im Lieferumfang mitgebracht. Bei Poolstyle Plus könntest du die als Ersatzteil bei Pulsana auch einfach nachbestellen. Allgemein will ich aber auch mal sagen, glaube ich jetzt nicht, dass es zwingend nötig ist, ständig so extrem zu filtern. Dein Poolwasser ist allein schon einfach durch einen regelmäßigen Poolroboter-Einsatz sehr gut gefiltert. Wenn dann aber eben mal feine Teile in deinem Wasser rumschwimmen, dann hilft das natürlich auf jeden Fall fein zu filtern. Ich denke nur, dass sich diese Lamellenplatten mit der Zeit halt auch einfach zusetzen und weniger durchlässig werden. Was jetzt nicht unbedingt tragisch und schlimm ist. Man kann sie sauber machen. Du bekommst sie auch als Ersatzteil. Aber ich kann doch zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, ob das nach zwei oder fünf Jahren irgendwann der Fall sein wird, dass die zugehen. Du kannst aber auf poolheld.de, meiner neuen Plattform, deine Heldenreise einfach präsentieren und deine Erfahrung dann dazu tatsächlich da auch mal hinschreiben. Bei dem Pulsar 35 ist es wieder der Wechsel der Möglichkeiten, denn ab jetzt kannst du an dem Filterkorb alle vier Seiten austauschen. Also alle mit Lamellenplatten bestücken oder auch nur teilweise. Ganz wie du halt willst. Im Lieferumfang werden dir hier auch zwei Lamellenplatten direkt mitgeschickt. Du kannst entsprechend das Ganze halt kombinieren, ganz klar. Der 40i setzt jetzt noch eins oben drauf, weil er bei diesem Filterkorb in den Filterlamellplatten noch einen Netzfilter drinnen hat. So hast du die perfekte Kombination, dass erst der grobe Schmutz außen hängen bleibt und danach direkt fein gefiltert wird. Du könntest jetzt außen auch einfach Netzplatten dran setzen und dadurch eben ständig fein filtern. Oder zwei feine und zwei Netzfilter. Ich meine ganz klar, die Kombinationen, die sind dir hier frei überlassen und fast unendlich. Wie könnte man das aber jetzt bei dem 50i noch steigern? Es ist genau wie beim 40i mit dem Filterkorb, aber hier wurde oben am Filterkorb eine Gummidichtung am Filterbehälter nochmal dran montiert. Laut Beschreibung entsteht so in diesem Filterkorb drin noch mehr Unterdruck, was dann der Reinigungsleistung entgegenkommt und das Ganze eben noch weiter steigert. Sollte mal der Antrieb verstopfen, dann kannst du bei jedem dieser Poolside-Roboter diese Antriebsabdeckung einfach entfernen. Bei dem 50i ist diese durchsichtig gehalten. Was es dir viel leichter macht zu erkennen, ob es überhaupt nötig ist, die Abdeckung wegzumachen, also ob da Dreck drin ist. Für das Video wäre es jetzt irgendwie unnötig lang geworden, die alle einzeln zu demontieren, weil in der Bedienungsanleitung ist das, wenn es mal sein muss, auch wirklich gut beschrieben. Mir war es jetzt nur wichtig, dir zu zeigen und zu erklären, warum der 50i hier praktisch durchsichtig ausgeliefert wird. So, ja, ab dem Poolside 35 ist ein Caddy mit dabei. So ein Caddy ist für mich mittlerweile tatsächlich auch Standard geworden. Das komplette Setup ist immer sehr einfach aufgeräumt und super verstaut. Die Montage vom Caddy, die ist auch bei dem Dolphin sehr easy gemacht. Diese Platte muss man erst entfernen. Dann kannst du einfach mit einem Schraubenzieher machen. Du musst dazu die beiden Klammern, die da dran sind, nacheinander anheben und dann geht der Deckel ganz leicht weg. Die Räder werden mit den Schrauben seitlich einfach aufgeschraubt. Die Stange hier, die musst du einfach an den zwei gelben Dübeln festschrauben. Oben kommen dann später zwei Langschrauben rein. Siehst du gleich. Die Abdeckung steckst du jetzt einfach wieder drauf. An der oberen Seite steckst du jetzt den Plastikgriff rein und pass mal auf deinen Fingern auf, ich habe mich da echt eklig eingeklemmt. Die zwei Langschrauben, die fixieren auch den Griff und halten auch gleich noch die Halterung für das Netzteil. Alles handfest anschrauben, denn nach fest kommt auch ab. Das Poolroboter Stromkabel wird an dem grauen Griff einfach eingehängt und das steckst du vorne in den Griff einfach rein und mit zwei kleinen Schrauben fixierst du das. Das Netzteil kannst du auch ganz einfach hinten am Griff erst oben einhängen und dann nach unten drücken, bis es einrastet. Die Montage von Caddy war wirklich sehr einfach, das geht ruckzuck von der Hand. Vor dem Fazit gehe ich mit dir jetzt die Vergleichstabelle nochmal durch und zeige dir ganz schnell und Zusammenfassungen, was sich immer zu dem nächsthöheren Modell ändert. Natürlich gibt es die Tabelle auch online, in aller Ruhe nachzulesen auf tomtut.de. Der Sprung vom Plus zum Advanced macht der Wochenplan am Netzteil aus. Zusätzlich sind im Lieferumfang direkt zwei Lamellenplatten mit dabei. Das Stromkabel wächst von 12 auf hier dann 15 Meter Länge. Der nächste Sprung auf den 35, also die Mittelklasse, ist dann der erweiterte Reinigungsbereich. Ab jetzt wird auch bei den Modellen deine Wasserlinie und auch die Wand mit sauber gemacht. Das Stromkabel wächst dann nochmal um drei Meter auf ganze 18 Meter Länge an. Die zweite PVC-Rolle, welche dann mit doppelter Drehzahl, wie die andere hier vorne arbeitet, ist jetzt dann auch in den Modellen immer mit dabei. Der Arbeitsbereich im Pool dehnt sich auf 12 mal 6 Meter aus. Das Gewicht steigt auch auf 9,5, wobei jetzt auch immer ein Caddy im Lieferumfang drin ist. Der Filterkorb lässt sich an allen vier Seiten austauschen, was es dir ermöglicht, komplett auf Lamellenplatten am Filterkorb umzusteigen. Als Ersatzteile sind die auch, wie gesagt, immer alle nachbestellbar. Und mit dabei ist ab jetzt der eingekehrte Swiffel des Stromkabels bester Freund. Der nächste Sprung ist zum 40i. Es gibt jetzt drei Reinigungszeiten statt einer einzigen festen. Zudem kannst du mit der Smartphone-App fünf Programme auswählen. Der Filterkorb hat jetzt innen zusätzlich einen eigenen Netzfilter nochmal dazu bekommen, also ist jetzt dadurch mehrlagig geworden. Nach all diesen Upgrades bietet ab jetzt der Hersteller drei Jahre Garantie an. Bei den Modellen davor galt eine reguläre Gewährleistung, aber zwei Jahre Herstellergarantie. Bei dem 50i hat man ab jetzt noch eins obendrauf gesetzt durch die erweiterte App-Steuerung eben. Und der Filterkorb ist mit einer zusätzlichen Dichtung noch effektiver gestaltet worden. Ja, und mit einem Blick siehst du auch, ob an dem Antrieb irgendeine Verschmutzung hier oben vorhanden ist, weil es transparent ist. So, ich habe jetzt hier doch nochmal den Plus reingepackt und den 40i einfach nochmal als Foto, damit man die ganze Poolstyle-Serie quasi sieht. Gerade eben habe ich halt über die Zusammenfassung der Modellunterschiede gesprochen. Das ist im Prinzip schon wie ein Fazit, wenn es für dich um die Entscheidungsfrage geht, welches Modell deinen Wünschen entsprechend entspricht. Darum zählt dein Fazit auch mehr als alles, was ich jetzt hier sagen kann. Sprich du sehr gerne über deinen Pool und deinen Poolroboter auf meiner neuen Seite poolhell.de. Nur so, tatsächlich, das meine ich voll ernst, können wir es uns einander ja auch leichter machen, rauszufinden, welcher Poolroboter in welchem Pool wo wie gut funktioniert. Hilft da tatsächlich sehr gerne mit. Also aus meiner Sicht haben die Poolstyle-Modelle alle, wie ich das schon ein paar Mal gesagt habe, einen sehr hohen Qualitätsstandard. Bei der Firma Medetronics nehme ich das aber auch einfach immer schon an. Der Einstieg mit dem Plus, der ist schon sehr hochwertig. Du bekommst nämlich einen tollen Filter mit vielen Ersatzteilen, kannst du den auch aufrüsten, dass er fast so ist wie bei einem höheren Modell. Und genau darum geht es ja im Endeffekt. Dein Poolwasser muss gefiltert werden. Und 15 Kubik machen sie alle. Selbst der 50i würde da ja nicht mehr machen. Das heißt, zwischen dem Plus und dem 50i musst du jetzt nur noch raussuchen, welche Optionen für dich persönlich eben am wichtigsten sind. Ich zum Beispiel möchte einen Poolroboter nicht mehr ohne so einen Caddy haben. Ganz einfach, weil ich hier auf der Terrasse keinen eigenen Schrank habe, wo ich das wegpacken kann und mein Setup so immer schnell aufgeräumt ist und auch ordentlich an der Seite steht. Beim Zwiffel ist das jetzt noch so eine Sache. Ich bin absoluter Fan von einem Zwiffel. Allerdings muss man sich auch dann immer die Frage stellen, muss das wirklich immer sein? Wenn der Poolroboter sehr lange jetzt alleine in dem Pool mit einem Programm durchläuft, dann macht das natürlich Sinn. Aber wie oft kommt das tatsächlich vor? Ich hole den fast nach jeder Reinigung auch direkt raus und das Kabel ist dann auch nicht völlig komplett verdreht. Das Video ist schon lang genug, würde ich sagen. Die Frage ist, wie entscheidest du dich? Mich interessiert das sehr. Schreib mir gerne dazu in die Kommentare, per WhatsApp, Social Media oder eben auf Poolheld in deiner Heldenreise. Ich freue mich aktiv von dir zu hören. Und dann war es das jetzt für das Video. Das war Tom Tut. Bleib hart am Gas. Bis zum nächsten Mal.